willkommen zurück zu transportieren 2 also jetzt geht es wieder nach unten ja ganz nach unten schauen wir mal wie lange das überhaupt dauert dass sie nach unten kommen da muss er stark abbremsen der zug je nachdem was für einer dass es wird aber dann da immer mal in die richtung so und dann docken ja so geht es und so geht es auch passt doch da jetzt einfach mal mit bis wohin auch ja bis da dann das zweite gleis kommt einmal mit bis da und das kommt dann willst du mit willst du mit ist die andere so geht es geht auch passt das nehmen wir dich mit immer dich mit wie weit komme ich nicht gehen aber sagen wir bis da haben wir 200 schon in 200 kmh das ist ganz nett damals ja hast das hier wieder wo will er dahin keine ahnung so geht es eigentlich könnte ich ganz klar es machen das machen wir nicht dann immer schön das eigene gleis sondern ein schönes bahnhofs vorfeld haben ja passt doch nicht sein ist ganz okay hier halt schon in dieser folge relativ weit kommen wollen aber das sieht man dann wie weit dass ich kommt jetzt um die geschwindigkeit geht es mir da nicht da geht es mir hauptsächlich darum eine schöne verbindung zwischen den städten zu haben und auch mal eine von der einen seite zur anderen seite der der map das wäre dann auch ganz schön und da mal dann von berlin irgendwo richtig in eine richtung die in die andere richtung halt dann eine linie und ja das ist doch ganz nett so so dann suchen ja so da mal wieder ja ich sehe schon ich sehe schon hier das problem werden da wahrscheinlich nicht rüber kommen aber wir gucken mal wir gucken mal wie das ist irgendwie hin mit dem bauern so verschiedenes wäre das hier so und so passt jetzt brauchen wir wieder gleise hier geht einmal so und so passt da weiß ich nicht ob das passt aber das gleis funktioniert bis wohin bis dahin das geht noch nie das okay mehr kann man das funktioniert auch schön jetzt wo gehst du hin in die richtung das wäre nicht unsere richtung unsere richtung ist da oben ist unsere richtung wäre es wenn wir das schöne überführung haben es ist zwar ein bisschen nach hinten gefahren aber also zurück weil wir hier ja den teil so fahren müssen aber warum nicht das hat man ja auch nicht so häufig schauen wir vielleicht hier die nicht aber wir können die hier nehmen so und gleis nummer zwei bitte wäre so ja kurve bitte wieso so und so hast du jetzt weiter mit mama die da 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 und da ja und jetzt fahren wir nach dort das wäre so also dann wieder nach unten so passt das macht das spiel eigentlich recht schön ja doch drückenpfeiler kollision mal da vielleicht die hier haben ja passt wie in den bahnübergang dann brauchen wir da keinen bahnübergang jetzt würde ich aber gerne nach unten das war so ganz nach oben so und so ja jetzt wieder nach oben nach oben so dass man da irgendwie schön durchkommen wäre so dann nummer zwei kommt einmal mit uns mit ja und zwar einmal so dort und haben wir da und dort und dann auf sankei oder können wir machen können wir eigentlich machen dann brauche ich nach dann brauche ich nicht nach Tokio gehen weil Tokio hat ja eine Verbindung nach in St. Gallen eine Direktverbindung das heißt wir könnten da schon die Endstation machen wenn wir wollen in St. Gallen ah das sehen wir dann noch das sehen wir dann jetzt schauen wir mal dass wir da irgendwie rankommen dann bitte mit dem anderen Gleis da geht das irgendwie hallo spiel mit dem anderen hat es schön geklappt mit dem klappt es jetzt nicht so schön das ist das jetzt geht es jetzt macht es das Spiel danke da brauchen wir wieder das hier Torbund wieder zwei Gleise so 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 wieso geht es da nicht was sagt mir ich darf da nix ran bauen welches dieser Gebäude sagt mir ich darf da nix ran bauen Torbund Hä die kann man doch einfach abreißen eigentlich ja aber das Spiel sagt nein wir müssen jetzt weg ja müssen halt alle weg Plattform wäre das hier das hier das hier dann das das dann verschiedenes da sind wir da nehmen wir das und das dann nehmen wir da vielleicht das Dach so ja man kann ja auch wechseln zwischen den Dächern dann immer wieder ein Gleis 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 haben wir da und zwar einmal da rein und einmal da rein das klappt schon mal jetzt noch einmal da rein in den Bahnhof das heißt wieder mit der Höhe spielen aber erst nach dem wegen der Straße die wollen wir nicht abreißen hast du da will ich dann hier unten durch ja so so dann gehen wir da nach oben wieder ab da gehen wir dann wieder nach oben das ist schon relativ lang ist schon lang einer noch geht das so nicht da überhaupt das ist eine U-Bahn das ist schon mehr U-Bahn aber so geht es erst dann das zweite Gleis nehmen wir uns das auch einmal mit das so dann so ziehen wir das mal weiter mit so passt und jetzt werde ich da bestimmt irgendwie reinkommen ja da müssen wir ein bisschen runter bisschen so ja so genau im zweiten Gleis wo haben wir das das hört auf ja so ja ungefähr ungefähr rauf rauf irgendwie da ran gibt das ohne dass wir da so hoch sind nach oben ja da bin ich wieder zu hoch aber wir können ja so fahren ich nehme das weiter einmal mit da brauche ich jetzt eh nur eins eigentlich eigentlich schauen wir mal ob das irgendwie geht in die Masse 1 da 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 ran so irgendwie und dann so schauen wir mal ob ich da reinkomme schauen wir mal Gräbäude das wäre Gleis eigentlich dann da klar das klappt schon mal und das klappt auch jetzt gibt's die Gnade der ganzen Strecke das machen wir in der nächsten Folge danke fürs Zusehen hoffentlich gefallen bis zum nächsten Mal euer Rutschlumpf